So Leute, da sind wir wieder bei Assassin's Creed. Und anscheinend müssen wir doch nicht trainieren. Na gut. Egal, dann geht's ab nach Jerusalem, wo wir unserem sechsten Ziel näher kommen. Wovor rennt er denn weg? Ich renne nicht weg, ich renne fröhlich zum neuen Mission. Ja, natürlich zum Büro. Ach, da werden wir ja Malik wiedersehen. Ja, der ist bestimmt immer noch sauer auf uns. Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten von dich. Deshalb erkunden wir lieber erstmal die Stadt. So, mal schauen. Gehen wir einfach mal los. Ach, die Rosalas-Wesen ein bisschen farbenfroher als Akon. Oh, da ist auch schon wieder ein Burgenschütze. Der uns noch nicht entdeckt hat. Super. Und weiter, la la la. Aha. Da sind wir schon mal etwas näher dran. Und Frems fängt schon wieder an zu ruckeln. Supi. Ist doch ein schöner Start wie eine neue Aufnahme-Session. Na dann. Schauen wir mal. Okay. Ich soll da beim Bogen irgendwie... Oder wie sehe ich das? Gut. Wenn die Meiden... Oh. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Aha. Ja, komm. Der Herr ist nicht bunt, alter Mann. So, da war's schon. Ach, da oben. Da ist auch mal was Neues. Kein Turm, sondern... ...mal ein Torbogen. Ist doch schön. Und ein Vogel landet auf mir. Na super. Oha. Hier sind ja, glaube ich, so viele. Na, Hilfe. Ah, hier sind nur sechs Aussicht im armen Viertel von Jerusalem. Alles klar. Ah, da sind die miesen... ...Drecksäcke. Was willst du? Nein. Na, komm. Boah, ein ganz schön stark gepanzerter Typ hier. Na, na. Boah, der Wache hat's zerlegt hier. Na, komm. Wer will nochmal, wer hat noch nicht... Kommt schon. Ich schnapple euch. Na, na. Betatscht werde ich hier nicht hier. Boah, ist das neblig hier. Au. Okay, der Panzer hat das doch gestrumpft. Au. Na, warte. Na, komm. Au. So. Jetzt aber schnell. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Und was gibt's denn da für mein Dickerchen? Schlimm Gelehrte. Ja, ich wusste es. Das sind wahrlich dunkle Garten. Und hier gibt's nur acht, von denen ganze vier hier schon in der Nähe sind. Wow. Ich glaub, das hier wird ein bisschen schneller gehen. Äh, da kommen wir umso schneller wieder nach Damaskus. Ist doch auch schön. Ihr werdet hier niemanden die Hände abschlagen. Also wirklich. Ich werde dir die Hände abschlagen. Ihr tut mir weh. Hört auf. Boah, immer die armen Frauen. Na, ehrlich. Was haben die euch denn getan? Also wirklich. Boah. Pff, was solltet das denn? Ja, leg dich mal schlafen. Oder sing Sopran. Ist auch schön. Du legst die gern gültig hin. Au. Man lernt jetzt endlich mal. Ihr seid keine Gegner für mich. Na, komm, komm, komm. So. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, shit. Wir sind etwas furchtbares tun. Das ist geschehen. Ja, wie kann man nur sowas schreckliches tun? Oh. Oh, oh. Ach, ist ja ein toller Anfang hier. So. Ich setz mich mal hin. Meinem Beisein zu schälen. Das wird euch das Leben bosten. Ach, da sind ja schon die Nächsten. Ja, guten Tag, die Herren. Ich verkaufe diese schönen Messer. Seht nur, wie scharf die sind. Ja, und das Schwert ist auch von erstklassiger Qualität. Au. Du hast die arme Frau geschlagen. Oh, Templer. Sterbst du, Sau. 4 von 60 Templern getötet. Yay. Boah. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde. Ja, super. Echter Templer war hier, oh Mann. Warum bin ich ein Ungläubiger? Na komm. Ja, die Partisanen machen schöne Arbeit hier. Gott steht auf meiner Seite. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt ist endlich mal Ruhe hier. Ja, die Partisanen waren sehr hilfreich. Kann man wirklich anders sagen. Nein, geht nicht. Nur eine Münze für meine Kinder. Ich habe keine Münze, meine Dame. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Ich habe keine Münze. Ich habe keine Münze für meine Kinder. Bitte. Nein. Warum tun sie mir das an? Was habe ich euch getan? Warum schon? Irgendwo seid ihr? Ich höre euch doch. Ah. In so einem kleinen Innenhof macht ihr das mit den Armfrauen. Also wirklich. Ihr Schweine. Ja, das war schnell. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Lass dich nicht mehr von denen vergewaltigen, ja? Wo bist du? Oh je. Wie konnte das nicht passieren? Och. Niemand, Sir. Daran geht zwar gerade immer die Leiter hoch, aber das hat nichts zu bedeuten. Er kann unmöglich der Mörder sein. Naja, und mal schauen. Ach, jetzt gibt es hier noch einen Aussichtspunkt. Und ich denke mal, ich werde erstmal alle Aussichtspunkte machen. Und dann werde ich erstmal mit den ganzen Missionen hier anfangen. Hui. Ja, genau. Richte noch ein paar Füße. Darf noch eine Flagge? Wie nett. Hä? Was hast du denn? Ach, Magenschmerzen. Alles klar. Und epileptische Anfälle. Na gut. Da war noch irgendwo einer. Na gut. Jetzt nicht mehr. Alles klar. Darüber. Und rüber. Wir haben es geschafft. Oh, Mann. Mensch. Haben die ja Bauer nicht gedacht, dass da vielleicht ein Assassine hochklettern will? Ist das... ganz schön schmal hier. Ganz schön schmal hier. Mann. Ah, hier ist auch wieder so ein Typ. Danke. Ja, ja, der Ungläubige hat dich erstmal löst. So. 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 Da ist wieder ein Bürger. Hilf mir. So hilft mir doch jemand. Was? Was? Ihr habt nicht genug. Schon wieder eine arme Frau. Seid ihr pervers oder was? Oder habt ihr hier ein Hobby? Vorsicht. Was willst du denn, du kleiner Pisser? Der sich an Frauen vergreift und sogar seine Kumpels jetzt denkt. Der ist wirklich unter allasse Kanone hier. So. Jetzt wisst ihr, was ich von Leuten wie euch heute... Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von euren Tragen erfahren. Wo bist du? Ich bin nicht da. Was ist das? So. Fünf von acht. Schon mal gerettet. Super. Jetzt will ich schau's gleich mal gucken. Oh. Was ist das? Ach, da ist auch gleich wieder... Noch Bürger in der Nähe. Mal schauen. Die retten wir jetzt auch noch schnell. Bohan. Komm wieder eine Frau. Echt mal, hab ich euch nicht vorhin schon gebracht? Ja, komm schon. Wir haben eine Drecksäcke. Jetzt hörst du weiter weg von der armen Frau. Die muss das nicht unbedingt sehen. Das ist... Ja, du siehst ja trotzdem, aber egal. Ja, komm. Na, na, von hinten geht's nicht mehr. Stehst du? Ja, das befürchte ich auch. Ja. Wir drüben! Töte ihn! So. Ah. Mensch, das war hier, die seine Uhr hat. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Der von uns ist über die Versuchung erhaft. Sollten Sie dem Gesetz zuwiderhandeln, wie umgekehrt das nicht klappt. So. Jetzt aber. Eine kleine Schandtat heute führt schon morgen zu größeren Verbrechen. Hallöchen! Schönes Dach hast du hier. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Äh. Fällst du noch runter? Oder hängst du jetzt die ganze Zeit rum hier? Okay, ich denke mal, der hängt ja jetzt so ab. Lassen wir ihn auch. Nach so einer harben Arbeit ist es ihm auch gegönnt, mal schön friedlich abzuhängen. Ach. Ist es etwa wieder so ein Teil? Na super. Zeigt euch! Ich bin nicht da. Seltsam. Warum tut er das? Weil Spaß macht, gnädige Frau. Deshalb macht er das. Okay, jetzt müssen wir durch den Ausguck. Ach, da ist er. Super. Das klappt ja heute. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht weg. Mach halt die Klappe. Ach, da ist er. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht weg. Ihr dürft hier nicht passieren. Geht weg. Weg. Hier kann ich nicht anvisieren. Na super. Super. Auf. Auf. Blöde. Penner. Und euch habe ich mal beschützt. Also wirklich. Ist das so was von gemein hier. Oh nein, nicht schon wieder so, Ina. Okay. Da wo Hissler im Gebäude ist, wieder Ina. Natürlich werde ich helfen, genetige Frau. Au. Hier. Das ist meine Hilfe. Was willst du? Du klickst ein bisschen kurz. Komisch, wenn ich die auf dem Fuß getrampelt bin. Du erst. Na komm. Na komm. Holst doch meinen Kopf, wenn ihr könnt. Au. Na komm. Ach, ihr seid doch alles weicheier. Ha ha. Templer. Scheiße. Na na na. Wer wird denn hier gleich? Der Herr. Sterb, sterb, sterb. Lass. Na geht doch. Fünf von 60 geschafft. Super. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich darf nicht. Oh nein. So, sieben von acht. Da haben wir es ja fast geschafft. Jetzt mich verarschen, Alter. Ja, also wirklich. Da hättest du auch hochgekonnt. All right, na dann. Mal schauen, ob wir da schon hin können. Oh, das war geil. An der Wand gelandet und dann noch mal ein kurzes Stück hochgerannt. Das sah cool aus. Okay. Das war auch nicht schlecht. So, war. Konnte sich noch gerade so festhalten. Und das wird er jetzt nicht überleben. Ich wusste es. Der Rum sei fürs... Was weiß ich wen. Da geht's raus. Komisch. Von Ungläubigen. Vielen Dank.